Aber es gab irgendwie keine Gelegenheit, ihr seid immer aneinander geklebt. Guck mal, guck mal, guck mal, oh, ich finde es mal eine Faffe drin. Wieso sind sie ja mäßig? Ich habe das Schwillinge, das war voll schlimm. Im Schwimmbad ist man halt zusammen, der macht es mehr Spaß. Ja, genau. Ich kann die Waffen nicht aufheben, das ist der Scheiß. Ist die gut? Ähm, wie heißen die? M60, ist die M60 gut? M16 ist gut, ja, finde ich zumindest. 60, 60? M60 ist auch gut, ja. Soll ich schon machen? Wurscht, Faziti? Ich schiefe mal ein bisschen. Keine Ahnung. Ich brauche nur eine kleine Knarre, ihr nehmt mir alles weg. Wie die Geier hier. Geh weg, geh weg, also. Geh weg. Wir sehen nichts wegen der Rauchgranate. Geh mal. Ich hab mal da. Also, ne, wo ist denn jetzt der Punkt? Was ist das hier denn? Ich will auch mal dieser komische Punkt sein. Ich will auch mal dieser komische Punkt sein. Ja, dieser... Wie heißt denn das? Dieser Watcher... Keine Ahnung, wie die Dinger... Ja. Oh, Watcher. Der Watcher. Der gute Watcher. Ich hab halt die Tiefklappe, ich weiß nicht, ich will das sein. Shadow, Shadow, Shadow. Shadow? Ich... hä, ist dir grad eine Dusche angegangen? Ist da Giftgas drin oder so? Der ist... Ähm, ähm, Tami, ein bisschen zu einfach noch nicht, oder? Ey, das hört grad so gezischt aus... Ja, das ist Säure, im Wasser ist Säure. Ey, das war mein erster Gedanke, vielleicht. Das ist Pipi. Kann doch sein. Oh Gott. Hallo, Aru. Hey, hey, hey. Tschüss, Aru. Oh, bitte Friendship Beam. Ich hab Angst. Oh, nicht ins Wasser gehen. Da war irgendwie eine Wolke. Ja, siehst du? Da war eine Wolke. Ja, ich seh's doch. Was macht die Wolke? Stimmt das Gas auf die Husten. Was ist das denn? Das war ein Friendship Beam. Das ist echt, Tom. Identifizieren, ich seh dich da hinten. Also, ich glaub, das Wasser konnte man noch elektrifizieren. Ähm, ja. Ey, 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 ey. Klar, klar, klar. Klar ist es. Hopla. Super. Walter, okay. Ey, der hat drei... Kann sein, dass der, ähm, der Detektiv mehr lebt. Nein, nein. Nico hat drei Schutze an Schutze gekauft. Ich hab mir so ein Gadget gekauft. Ah, dann hat er sich Amor geholt. Ja, genau, Amor hab ich hier geholt auch. Ah, okay. Amor und so eine FN-Nur. Was? Der, 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 der Detektiv kann sie auch kaufen. Ja, klar. Der kann sich, nur ich hat, der kann sich die Second Chance Karte quoten. Was für ein Ding? Okay. Ich war noch nie Detektiv, ich will auch mal sowas sein. Ja, gell. Ich bin immer noch Traitor. Ich will kein Traitor sein. Ich war dreimal nacheinander Traitor. Ja, ich war das viermal. Ich bin voll schlecht. Ich hab ne Menge MGS. Ich bin voll schlecht, ich will kein Traitor sein. Ich auch. Kann das nicht. Ihhh, die ist voll doof, die Waffe. Ihhh. Ihhh, mit sowas schieß ich nicht. Ich glaub, die ist ganz gut, ich bin mir nicht sicher. Nee. Die ist. Keine Ahnung. Boah. Boah. Sorry. Ich hab keine kleine Waffe. Cool, ich bin blau. Nein, ich will blau sein. Ist halt alles blau. Ey, aua. Den A-Scanner. Pass auf, dich auf, Tami, weil jetzt wollen alle dich umbringen. Ja, ich möchte einen Schutz drohen. Wer... Ich beschütz dich. Echt? Okay, okay, es waren mir zu viele. Geht alle wieder weg. Nein, nein, Tami, ich beschütz dich. Oh Gott, der sieht voll gruselig aus. Alle rennen auch nicht zu mit Knarren. Pass auf. Wer hat auf dich gesch... Hat dich... Bist du okay? Nein, sie hat das Fenster geöffnet. Okay. Sie hat das Fenster geöffnet. Ich öffne mich nicht auf Angst. Wir müssen irgendwo hingehen, wo... Wo... Wo nicht so viel... Keine Ahnung, wo können wir uns hier verstecken? Keine Ahnung, in den 5000 Kabinen vielleicht? Klar. Ja, Gruppenwanderung. Touristen führen durch die Kabinen. So, als Dings kann ich mir doch was kaufen. Oh Gott, weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Doch, ich lebe wieder. Der Bobzinn gezündet. Super, super, super gemacht. Ich dachte, Master wär's, weil der noch der übrig war. Nee, nee. Richtig cool gemacht. Ich habe... Ey, ich habe mir eine Second Chance gekocht und eine Giante-Bomb. Den mit der Touristenführung war mega cool. Ich habe einfach die Giante-Inzünden. Und alle waren so müde wie tot bis auf Mars. Second Chance war aktiviert. Ich habe gar nicht mehr fahren bekommen. Ja, du warst der einzige, der da lucky war. Da hast du aber echt Glück gehabt, dass alle da irgendwie gerade so ein bisschen rumgepasst. Weil ich habe das noch gehört und wollte wegrennen und habe da noch ein bisschen Leben gehabt. Und da hat mich innocent getötet. Das war... Aber ich habe zuerst geschossen, von daher. Das war richtig cool. Du rennst immer mit der blöden Dingspumpse auf mich zu. Dann bin ich langsam ein bisschen nervös. Und was? Mit dieser Schrottwinde, jedes Mal. Könnt ihr merken, wenn ich eine weiterfinde, die ist doof. Die ist richtig doof. Ich habe keine Waffe. Ich komme nicht raus. Ich habe keine Waffe. Ich bin tot. Wie weit ist die stärkste Waffe? Oh, ich hasse Fenster, ich hasse Leitern, ich hasse ja alles. Bitte beschütz mich, bitte beschütz mich. Nein, ich will die einfach nicht haben. Wieso? Wo musst du beschützt werden? Wer ist da? Ich bin blau, ich bin blau. Bist du dein? Ich sehe dich nicht mal. Kaufen Sie sich was, Detective. Ach, da hinten. Hallo. C. Master, was machst du denn? Was kann ich mir kaufen? Wie kann ich mir was kaufen? Geh weg, geh weg, Alex. Ich hau ab. Lass mich alle in Ruhe. Ich bin es nicht. Okay, okay. Jemand, jemand feint. Nee, das ist normal. Jetzt was kann ich mir kaufen. Was ist das alles? Ich habe nicht mehr Zeit, mir das anzugucken. Ja, bleib doch stehen und guckst dir einfach an. Nein, schlau schieß auf mich. Ja, du beschützt ihn, den du wohl auf dem Zielst. Ja, wenn ich in ihre Richtung laufe, wie soll ich das sonst machen? Guck auf den Boden. Dann rückwärts laufen. Ich habe Angst. Ich habe noch mehr Angst als sonst. Viele Kinder können das heutzutage nicht mehr. Auf den Boden gucken. Rückwärts laufen. Rückwärts laufen. Ja, viele können auch nicht mehr rückwärts schwimmen. Das ist echt sch... Äh, überhaupt schwimmen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich bin jetzt mit Zwang vielleicht nicht der Leichtest über 20 Kilo. Aber trotzdem kann ich noch fahren schon wie ein Zars. Aber du bist ja auch kein Kind. Okay, okay. Master ist es nicht. Der hat die Waffe weggeschmissen, als er mich gesehen hat. Fuck. Aber ich wurde angeschossen, aber ich habe nicht gesehen von wem. Ich glaube, ich war schade. Shadow hat gerade eben geschossen. Ich hasse Treppen. Äh, Leitern meine ich. Also Shadow. Magst du die Fenster kaputt zu machen? Ich bleib beim Master. Oh man, das Fenster ist schon kaputt. Das ist ja langweilig. Oh, ich habe irgendwie gerade voll gehangen. Pass auf. Was ist los? Hi. Hallo. Was sind eure Lieblingstiere? Ich habe gerade keine Zeit. Bla, geh weg. Wölfe. Wölfe. Ich habe gerade keine Zeit. Äh, oh, Lieblingstiere. Wölfe, immer noch. Ja. Klar. Ja. Die bitte weg. Ne. Das ist nicht. Zugeschlossen. Oh, schade. Wer schießt? Äh, Aro hat jemanden, umgebracht, als Detective, harmlos, harmlos. Und? Aro, darfst du als Detective, kriegt man da eigentlich auch mieses Karma als Detective? Ne, als Detective nicht. Oh, da kannst du alles tun. Ja, genau. Cool. Warum bist du verwundet, Tami? Ich habe doch gesagt, ich bin von der scheiß Greppe. Achso. Okay, das ist normal. Kürtel. Ah, hey, hey. Was machst du da? Oh, Tami. Oh, je. Oh, je. Zwei Traitor geholt. Oh, Mann, ey. Ey, das hast du echt gut genocht, Tami. Es ist so schön, dass du mir vertraust. Ich habe mich so... Da muss ich jetzt auch los. Fühlst du dich nicht schlecht? Fühlst du dich nicht richtig schlecht? Vor allem, ich bin in den Raum mit Leonie unter mir reingelaufen. Weißt du? Und da knallt nämlich beide auf. Nein, ich habe gar nicht geschossen. Echt nicht? Warst nicht so... Ne, ich habe nicht... Oh. Es tut mir so leid, du hast mir vertraut. Ich habe das einfach kaputt gemacht. Ja. Ja. Jetzt ist für die nächsten fünf Runden Sense. Binde. Aber ich habe mich nicht... Also, ich habe mich ein bisschen unwohl als Blauer gefühlt. Ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, dass alle... Ja, das ist eine Zielscheibe. Ja, genau, dass alle auf einen geiern irgendwie. Keine Ahnung. Das war ja auch irgendwie... Ich habe eine Walter. Ich habe auch eine Walter. Was ist eine Walter? Eine Walter ist die stärkste Waffe im Spiel. Ja, das ist im Prinzip im echten Leben wäre es eine Dragunov für den Dragunov. Ja, eine Dragunov, genau. Aber hat ein anderes wie jetzt eine Dragunov. Warum kann ich die Waffe nicht aufnehmen? Und... Es ist so wirklich ziemlich die stärkste Waffe. Ich habe keine Waffe. Äh, hier sind genügend. Ich auch nicht. Ja, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Du hast eine Waffe in der Hand. Ja, aber ich habe... Mir fehlt aber eine. Äh, die App fehlt fünf meistens. Du hast eine Waffe in der Hand. Dam, dam, dam. Ja, aber mir fehlt doch eine. Ich kann noch zwei halten. Ich habe nur eine Granate und Dinge. Äh, äh... Ah, endlich. Alle links machen? Was? Das liegt bloß gerade, das ist der Blut, aber das Shadow im Prinzip wäre noch weiter. Da riech in die andere Richtung. Ich bin endlich mal durch ein Fenster geschaufen. Man kann... Es ist nie zu spät, um was zu lernen. Und schwimmen kann man auch noch mit zwölf lernen. Niko ist es. Ja, aber, äh, wenn du außerhalb der sensiblen Phase bist, ist es halt schon schwerer. Außerhalb der sensiblen Phase? Ich kann schwimmen. Ja. Ich kann sehr gut schwimmen. Ja, ich schließe es. Das war eine Unterrichtsstunde mit Tami. Ja, wir sind alle ein bisschen schlauer. Na, Skull, hast gehört, es ist schwerer, aber es ist nicht unmöglich. Nichts ist unmöglich. Toyota und Niko ist der Traitor. Was? Ich mach gar nicht. Da oben, da oben. Äh, ähm, Skull, Skull ist erst oben. Da ist er ganz oben. Nein, nein, nein. Ich komme hier ganz neutral hin. Ich komme hier ganz neutral hin. Also bei Kronk sind die immer dahin geflogen mit irgendeinem Traitor-Ding. Nein, nein, guck. Guck hier oben. Ich bin jetzt hinterm Sound. Ich bin eingeschossen worden. Ich bin es nicht. Ich hüpfe immer zur Rüder, Niko. Warum stehst du bloß in der Ecke? Oh, ja, hallo? Klar, ist auch angeschossen worden. Ich bin wirklich nicht, Master. Ich bin hier rum. Ich laufe? Master, du bist doch blau, oder? Ja, ist er. Ja, schmeißt doch deine Knarre nicht weg. Äh. Ja, dann du sie halt. Nein, ich brauche... Ich kann keine... Ich weiß nicht warum. Ich habe nur diese MP5-Waffe und eine Granate. Ich weiß nicht warum ich die nicht aufnehmen kann. Keine Ahnung, frag mich nicht. Nimm eine Knarre. Beschütz dich. Hier, hier ist eine Leiche. Ist es klar? Wer ist ein Detektiv-Item? Ist es klar? Nein, klar. Ich sehe das. Sie sieht das. Nico. Wer? Ich habe alles gemacht. Ja, ich weiß es nicht. 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 Nico ist es wirklich. Weiter. Weiter. Weil du die einzige weiter noch mit mir hast. Dann kannst du das selber sein. Ne, bin ich aber nicht. Pass auf. Pass auf. Fuck, Mann. Zack. Sag doch, ich bin es nicht. Tamira wurde von Nico weiter umgebracht. Nico war ein Traitor. Nico war Traitor. Es können jetzt noch Pla, Leonie und Shadow sein. Die drei. Die drei. Shadow nicht. Shadow nicht. Der war mit mir alleine in einem Raum und hat nicht auf mich geschossen. Das ist untypisch. Ja, ich war auch schon öfter mit jemandem alleine. Also ich hatte auch schon längst Pla schießt. Also Shadow glaube ich nicht. Also ich bleib jetzt auf jeden Fall. Ich weiß eins. Ich bleib bei Master. Ich beschütze Master. Wer kämmt da in der Ecke? Schaus am Wetter. Shadow kämmt in der Ecke. Shadow hat sich einfach nur versteckt. Und das macht kein Traitor, weil der muss ja suchen. Der muss ja... Sonst verliert er ja. Pla, Pla zählt auf mich. Pla hat auf mich geschossen. Pla, pass es auf. Pass auf, es ist Pla. Der ist da drüben und hat versucht zu snipern. Hier, in diesem Kammer, wenn du deine Waffen sammelst, gehst du doch nach rechts in so eine komischen kleinen, was weiß ich was. Mit so blauen Tonnen und weiß der Geier. Ja, ich weiß wo. Ich habe nur auf sie geschossen, weil sie mich geschossen hat. Ja, mhm. Ich gehe weg. Ich bin es nicht. Sarah, Innocent. Warum hat er denn auf mich geschossen? Dann abknall ich mich ab. Ich mach nix. Knall mich ab. Ich bleib einfach nur stehen. Knall mich ab. Wieso? Knall mich ab. Kannst du gerne machen. Fuck. Ja, da waren drei Leute. Ja, eben. Was hätte ich machen sollen? Ja, warum hast du geschossen? Ich habe aus Versehen geschossen. Das war nicht immer ab. Oh mein Gott. Mich haben sie nicht erschossen. Ja, mich haben sie nicht erschossen. Aber Arum konnte es einfach nicht sein. Warum? Du hättest uns beide, wenn du gut wärst, so easy mit einer Traitor-Waffe. Wir waren beide. Ob wir noch locker eine Traitor-Waffe nutzen können. So was zum Beispiel wie den Meli-Gun. Hättest uns locker. Wir standen ineinander quasi. Ja, aber wenn ich zum Beispiel schon zwei Sachen gekauft habe als Traitor, dann kann ich mir ja nix mehr kaufen. Dann kann ich das ja nicht mehr machen. Ja, aber du kannst es halt auch genauso wenig in der Runde gewesen sein. Weil du halt, du hättest uns locker schon längst abgeschossen. Ich hätte aber auch schon längst euch aller schieben können. Ja, ich weiß, aber du warst halt nie wirklich da. Doch. Bei uns, also bei uns jeweils nicht. Bei Play Play Play. Boah, dieser Geil. Ja, bei Play Play Play, ja. Wir hatten mich bitte am Anfang angeschossen. Ich. Also was darfst du? Ich habe schon gedacht, ich habe Hallos. Ja, also war es direkt der Traitor. Ja, du auch, keine Sorge. Ja, danke schön. Ey, ich stehe nicht weg. Hey, 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 nicht schießen. Ne, ne, nur Fenster hier. Warte, ich komme hier ab. Ach, gibt es ja sogar Telefone. Ich mache, ich mache der auch nicht. Ich mache, ich mache der auch nicht. Können wir 110 rufen? Was? Können wir bitte 110 rufen? Hier sind Telefone, die können das bestimmt klären. Ja, mach mal das SWAT-Team bitte. Ich möchte ein SWAT-Team. Ey, warte mal. Äh, 110, die Telefone, könntest klären. Ja, die Telefone, die können das. Hat jemand geschossen? Okay, Aro, ist es nicht klar, ist es nicht. Warum? Äh, wenn jemand, wenn jemand bei Leonie... Oh, ich habe die Fenster gemacht. Alter, oh, ich hasse diese Kackfenster. Warum bin ich es jetzt nicht? Weil, wenn ich, wenn ich Traitor bin, dann sagen alle, ich bin Traitor und ich mache nichts anderes, als wenn ich in uns bin. Warum bin ich es jetzt gerade nicht? Vielleicht Fenster aufschießen, das hat doch gar nicht... Oh, dann wird jemand akzeptiert. Nein, ich möchte das gerne wissen, weil ich das als Traitor nie kapiere. Ja, kein lauten Sinn. Hä? Ich habe gerade im Fenster auch geschossen. Achso, ja, denn ist er über den. Ich bin ja auch schief. Ja, okay. Ja, Shadow muss auch auch Detektiv. Na, es ist gut, bin ich aggressiv. Niko hat gerade irgendwas ins Wasser geschmissen. Wasserverschmutzung. Shadow ist die. Weil die Umweltverschmutzung. Ich glaube, du hast eine kleine oder deine geworfen. Ja, habe ich weiß, ne? Ja, die rostet doch. Aber komm, 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 komm. Nächstes Mal bitte in den Mülleimer. Wo ist die eine? Äh, gute Frage. Da war eine Brandgranate. Der hat eine Brandgranate geschmissen. Ja, mit geschossen. Hallo, sei mir, die Schuss nicht. Wow, bla, 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 bla. Ey, bla, 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 bla. Ey, was ist der denn? Shadow ist oben auf der Ding? Ja, Shadow ist auf die Tektiv. Shadow ist oben. Bei der Rutsche. Da ist ein Traitor. Da ist ein Traitor. Das Gang kam. Geh da rein, Nico. Was, wo? Bei der Rutsche. Wo denn? Da, in der Rutsche. Da, in der Rutsche. Da, in der Rutsche. Da, in der Rutsche. Ach so. Nico. Weil, quasi, wenn du da aufrutschen, rutschen. Komm, komm, der Rutsche. Der singt da, ich jetzt gerade. Oh, diese Kackwache. In dieses MGX. Wer, wer war's denn jetzt bitte? Ich. Da waren's. Okay. Wer hat sich erschossen? Ich war verwirrt. Ich war jetzt gerade echt verwirrt. Oh mein Gott. Boah, dieses MG ist so kacke. Das zieht so hart hoch. Ey, da wackelt der Bildschirm so hart. Ne, da sind die ganze Zeit die Zombies. Die mag ich nicht. Ja. Bei Resident Evil sind Zombies. Ach nee. Ja, also auf der MAD meine ich. Ja, tote, tote Dinger. Und dann gibt's da immer so Türen, die dann so blööööö machen. Oh scheiße. Ja. Siehste Tami, Nazgul sagt, ich bin nie aggressiv. Ja, du bist immer aggressiv. Was? Wann denn? Die ganze Zeit. Ist das die, die so gruselig ist? Keine Ahnung. Nazgul kennt mich besser als du, Tami. Das ist bedenklich. Wer heißt, wer heißt Noskul? Ich bin immer verwirrt, sonst heiße ich Moskul. Was ist das los? Uwe, Trucker. Ja, jetzt heiße ich wieder Trucker Uwe, ja, aber. Jetzt bringen wir mich wieder dran. Ich meine, so viele Namen. Oh, geil. Ich hab noch nicht mal ein Bild. Er hat was geblubbert. Das war ich. Kann man Kisten aufmachen? Nein. Lächerlich. Könnt ihr mal bitte aufhören? Ich hab immer noch einen weißen Bildschirm. Ich hab nicht gemacht, aber ich hatte damals meinen Joke gebracht, aber das war nicht bei euch hier. Da hab ich anstatt Bar gesagt, ich geh jetzt blubbern. Hirlpool. Uh, Resident Evil hat gewonnen. Ja. Da weiß ich wo die Knarren sind. Ja. Alter ich auch nicht. Ich hab, ich seh hier ein auf dem Tisch, aber ich krieg's eben nicht. Ich muss springen. Weiß mal, wie die? Was ist die mit dem Raum, wer so ruhig ist? Da irgendwie Office aus aus dem Büro. Äh, agency, agency. Oh, Alter, Plan. Das macht leicht. Ey. Ich hab ich grad voll erschrocken. Hier ist Blut. Warum? Also ich weiß. Da hinten sind Zombies, greifen die Zombies einen an oder sind die? Nein, die liegen dann so für faul rum. Sicher? Ja. Also ich hab jetzt schon Angst ey. Du willst unbedingt die Map haben, und ich sag, da liegen Zombies und dann die ganze Zeit so blähähäh... Ja, aber ich... Du so ja ja voll cool... Wo sind Zombies? Zombie! Steigt Zombies! Da, da auf dem Boden liegt doch einer da vorne. Aber die machen doch alles... Ey, wenn sich einer bewegt, ich würd glaub ich von den Herzen verkriegen. Wollte grad sagen, ich bin die Erste, die schreit. Oh Gott, der Feiler! Was war das? Tami? Alles gut? Ja, gut. Manche Türen lassen sich hier nicht öffnen. Was für ein Teil? 1 bis 7. Ich schreie, glaube ich, in jedem Teil. Ja, jetzt kommt hin, Pog. Ja, Teil 7 ist eh gruselig. Aber ich denke, Teil 1 nicht mehr. Teil 1 ist einfach zu... Es ist zwar... Ohne Waffe. Nicht machen. Jetzt mal ehrlich, der grusche Michael-Kütenkant, der ist... Alex, es ist! Hier ist eine Leiche. Äh, das wäre... Nein, Türenkot. Alex war's. Und der war zweimal da. Ich hab ihn umgebracht. Er wollte nämlich gerade den Michael-Jackson-Move machen. Und ich hab mich Gott sei Dank rechtzeitig bewegt. Und dann hab ich ihn erschossen. Und dann stand er auf einmal wieder da. Sehr merkwürdig. Aua. Tami? Ja, wo ist du? Tami? Klar? Ja. Okay. Ich bin Detective. Niko called a detective to the body of Black Shadow. Was ist das? Was sagt mir das? Ja, guck mal. Was sagt mir das? Sagt mir, Black Shadow ist tot. Schön. Hör echt zu mit dem Kuscheln. Der sieht doch echt vertraut aus. Was ist denn eigentlich E und... Warte. Alt und E? Hier ist es. Nee, keine Ahnung. Niko ist auch tot, dann ist es klar. Nee. Mach's aber was. Alter, komm ich los. Ähm, Arun. Ey, du hast mich voll erschreckt. Sag ich, wie soll ich sagen, ob ich zweimal da war? Ja. Ich hatte Second Chance und... Aber ich wurde nicht nach... Ich habe eigentlich einen Countdown. Äh, wenn der Countdown aufgelaufen ist, werde ich eigentlich wieder... Ah, ich wurde direkt wieder ins Board. Also entweder gibt es einen Countdown, wie lange ich Second Chance nutzen kann. Wenn das Countdown aufgelaufen ist, werde ich so... Ey, das waren beide. Nee, hä? Warte, wir sind ein Master, hä? Ich war eh nur auf Shand. Ich war eh nur... Ja, du bist zurückgegangen, warst verwundet und ich dachte, du hast gespürt. Keine Ahnung. Shadow war über dir, ja. Shadow war über dir. Ja, ich habe ihm mit einem Thriller-Dart angeschossen. Ja, der ist voll verpackt. Hier war ich instant tot und hatte volles Leben gehabt. Äh. Er wollte bei mir auch so ein Thriller-Ding abziehen. Ach so, nee, so ein Zombie. Und ich bin Gott sei Dank rechtzeitig nach links gegangen. Oder nach rechts, das ist ja erforscht, aber... Also ich möchte anmerken, diese Map ist echt sehr liebevoll gestaltet, muss ich sagen. Gefällt mir. So liebevoll, ich gehe in den Schlüftungs-Schacht. Das bestimmt... Warum liebevoll? Ja, guck dir die ganzen kleinen Details an, die Wände, die Stafeln, die Türchen... Ja, ich habe gesagt, das war Leon. Ich habe das noch nicht gezeigt. Ach, schau mal einer an. Bin detektiv. Da gibt es Buntenglas-Fenster. Da gibt es Feuerlöscher in den Wänden. Ja, ich würde dich nicht vertrauen, auch wenn du die Risse herfällst. Balkon, das sieht einfach geil aus, ey. Ich höre gerade nicht so gut. Ich finde es cool, wenn man so ein bisschen die Elemente aus dem Spiel wieder... Oder die Partage aus dem Spiel wieder entdeckt. Es ist zwar nicht originalgetreu, weil teilweise auch die Level... Beziehungsweise die, die, ähm... Ach, die... Nicht Episoden, sondern die Teile vermischt wurden. Aber... Ey, aber es ist trotzdem geil, die ganze Mühe, die man sich machen musste. Also, ich sag, Respekt an den Ersteller. Äh, Leonie, wen hast du da? Ich will nur hier hoch. Lass mich hoch. Ah! Mann! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Niko? Hey, hey, hey. Hey, komm. Master wollte mich hauen mit so einer, mit so einer, ähm, Dingsbums. Wie heißt das? Alter, wenn du mich erschreckst, dann schieße ich. Wie heißt das? Ähm... Wie heißt denn das? Die heißen Treppen runter. Die Anfangslummelwaffe. Wie komme ich hier runter? Ja, ich bin hier oben, aber ich komme nicht runter. Hier ist ein Seil. Komme ich da auch runter? Ja, ich bin abends. Alter, ich bin gerade in einem Raum, auf den ich nicht klarkomme. Iiiiih! Nimm die Leiche weg! Du bist ein Zombie. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hier ist Blechstange! Dankeschön, vorrückig! Ich bin... Könnt ihr einen Dialekt sprechen? Ja, Plakern das. Klar! Plakerns gut! Plakerns gut! Plakerns zu Schwäbisch? Mh, äh, so ein bisschen. Ich schieße! Ich komme, ich schieße! Ich komme, ich schieße! Nicht ganz schlecht. Oh, einfach blödem. Ey, ich helfe! Äh! Schön, so gut! Verstehst! Falscher Alarm! Nur ein Zombie! Aro, au! Groß, Aro! Was? Es war ein Zombie? man kann die entnehmen ist gerade passiert also hier ist ja feuer ich werde fast das feuer leute wo seid ihr denn eigentlich selbstverletzt ich hasse leitern ja jetzt euch genau so was ist für dich oben keine ahnung komischer raum aber ich habe einzige ich habe zählen gefunden ich bin ganz viele tote hunde in den zellen jetzt ohne scheiß die mir ein bisschen groß oder ich sehe keine größer als man erst denkt ja seit anfang des spiels sehe ich absolut keinen von euch also ich bin jetzt halt bald klar ja schön schwitzwitzig ich habe da einfach eine waffe ich habe keine politik fuck oh scheiße es muss noch einer leben kacke ich bin die doch nie irgendwen es gibt einen kompass echt ich kann mir jetzt Sachen kaufen ja aber sie war noch nie Traitor und weiß nicht wie man sich Sachen kauft finde ich auch in Ordnung dann mit C kannst du dir Traitor Waffen kaufen ja ja das habe ich schon aber scannt der automatisch ich finde mich hier trotzdem nicht zurecht das wird nix mhm das geht mir auch so ich laufe schon zum dritten mal den gleichen Gang glaube ich bin mir nicht sicher wie kam ich denn hier rein hi down shift oh Gott endlich oh Gott endlich verdammt das hast du super gemacht Tami richtig gut ey ich hab keinen gefunden die ganze Zeit ach ja und dann lockst du so zu dir ist doch mal super ja und war richtig lustig gerade wie du so geschossen hast so er schießt und drehst sie um und dann irgendwann hinschreitet sah cool aus ich habe drei Leute kalt gemacht ich bin sehr stolz auf mich ja aber die Map ist echt ein bisschen groß größer als man am Anfang denken ja ist bei manchen Maps so da denkst du auch die ist ja klein und dann da sind aber so viele Sachen hey Arum 80 20 Punkten